Was glaubt man und sieht weiter aus dir und für das japanische Dokkan-Battle haben wir nun die Informationen und Details zum Extreme-Z-Battle von Kid Buu, auch aber auch zum Extreme-Z-Awaken, heißt wir wissen was mit ihm passiert nach seinem Awakening, nämlich mit der PESF etc, das werden wir uns gleich im Anschluss ansehen, zudem gibt es aber einen weiteren Charakter, der einen Extreme-Z-Awaken bekommt, nämlich der Strength Super Saiyan 3 Goku durch die Medaillen vom Super Saiyan 3 AGL Goku Extreme-Z-Battle. Wie das Ganze funktionieren wird, werden wir uns gleich ansehen, außen vorweg aber, das Extreme-Z-Battle für das japanische Dokkan-Battle kommt morgen online, morgen um 10 Uhr unserer Zeit, 10 Uhr morgens, wir werden das Ganze morgen um 20 Uhr abends auf Twitch streamen, wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut auf jeden Fall vorbei im Extreme-Z-Battle von Kid Buu, unserem Boy. Okay, alle Informationen dazu sind in der Stream-Beschreibung, also in der Beschreibung im Video, unter Video, wenn ihr unterstrollt, ihr wisst Bescheid. Alles klar, okay, wir bekommen das Extreme-Z-Battle, wie gesagt, morgen mit einem Extreme-Z-Dokkan-Festle-Banner, wird ähnlich verlaufen wie das, was auf Global erschienen ist mit Freezer, Unterschied auf JP gibt es keine Tickets, weil es kein PILA-Stroph gibt. Außerhalb davon wird ein Kategorie-Banner kommen, der Pure Saiyans, warum? Und natürlich zusätzlich wird das Extreme-Z-Battle von Agile Goku noch online kommen. Warum ein Pure Saiyan-Kategorie-Banner? Denn wir wussten schon im Vorfeld, dass die Pure Saiyans sehr effektiv gegen Extreme-Z-Battle von Kid Buu sind. Beziehungsweise, ja, ist. Weil, also ja, das ist die effektive Kategorie gegen das Extreme-Z-Battle von Kid Buu, um es einfach zu sagen. Und zwar, ihr seht noch, World in Progress, ja, die Seite ist auch in Bearbeitung, weil das Extreme-Z-Battle noch nicht online ist, kommt, wie gesagt, erst morgen. Aber vom Schema her sollte das ähnlich laufen wie alle anderen auch. Wir kämpfen gegen Kid Buu, etc. Was wir halt nicht wissen, so, ab wann hat er eine Reduction gegen wen, etc. Im Endeffekt bekommen wir dann physisch Op, physisch Grand Christ, die ganzen Medaillen, die wir für Kid Buu brauchen. Und um ihn dann vollends Extreme-Z zu awaken, wissen wir, wenn wir das Extreme-Z-Battle einmalig schaffen, von Level 1 bis 30, werden wir dazu in der Lage sein, diese folgenden Medaillen zu bekommen, um den Charakter Extreme-Z zu awaken. Pro Stage wird es ein Song geben, wie üblich, also 3 Strang-Zons hier an der Stelle. Und folgende Anzahl an Orbs. Und, ja, wir haben ja gesagt, die Pure Saiyan-Kategorie ist sehr effektiv gegen Kid Buu. Und Pure Saiyan-Kategorie, die ist wirklich sehr, sehr groß. Und so ein super Strang-Team kannst du dir bauen, also vollgepackt mit Pure Saiyan-Deprosa, nicht zwingend auf jeden Fall. Evolution wird als Kategorie da, ihr werdet auch mit einem Super-Strength-Team es wahrscheinlich noch einfacher haben, weil wenn ihr da ein Super-Strength-Team nehmt, Super Saiyan-4-Goku-Double-Lead und alle Pure Saiyan-Strength-Charaktere, ihr werdet das zur Seite hauen, ja. Natürlich idealerweise Super-Strength-Charaktere, weil Kid Buu ist ja von Extreme-Type. Die haben dann nochmal einen weiteren Vorteil. Okay, soviel eigentlich zum Extreme-C-Battle von Piccolo. Piccolo sag ich. Wie kam mir Piccolo in den Kopf wegen Legends, weil dann Piccolo online kommen wird jetzt demnächst. Aber, soviel zu dem Extreme-C-Battle von Kid Buu. Heißt, wir gucken mal an, was denn noch hinzu kam. Weil wir haben ja gesehen, wir haben das Extreme-C-Battle von Kid Buu mit seinem Extreme-C-Awaken. Wir werden uns jetzt gleich anschauen, was denn danach mit ihm passiert. Was passiert denn? Was ändert sich bei ihm? Aber wir bekommen auch das Extreme-C-Awaken zu diesem Goku. Fangen wir mal an mit der Passive-Änderung von Kid Buu. Hier natürlich Shoutout an Gaming with Talent und an der Stelle an Mai. Und zwar ändert sich folgendes, Freunde. Wenn wir Kid Buu dann von Extreme-C-Awaken, gibt er folgendes. Wenn die HP 80% oder drüber sind, gibt er jedem Key plus 2 und 50% auf Attack und Death. Wenn die HP 79% oder drunter sind, gibt er jedem Verbündeten Attack und Death 30%. Wie sah seine Passive davor aus? Folgendermaßen, wenn die HP 80% oder drüber sind, sind das Attack und Death 50% für jeden. Heißt, wir haben hier Key plus 2 bekommen, wenn die HP 80% und drüber sind. Und haben noch einen Zusatz bekommen, wenn sie 79% und drunter sind. Was halte ich davon, als ich mich die Tage gefragt habe, die letzten Tage, wie denke ich mir könnte ich das aussehen? Wollte ich, beziehungsweise wollten wir auf jeden Fall, dass der Key bekommt. Hat er zum Glück bekommen, sind Key plus 2, man kann sich streiten, vielleicht will der eine oder andere Key plus 3. Aber sind Key plus 2 ist auf jeden Fall auch solide. Und ich wollte, dass sie die Beschränkung setzen, heißt, dass er zum Beispiel den Boost gibt, wenn die HP 50% und drüber sind, diesen 50% Attack und Death Boost. Dazu kam es nicht, aber so wie er jetzt wurde, so wie seine Passive quasi wird durch das Extremely Awakening, bin ich zufrieden, denn das ist balanciert. Das ist balanced, finde ich, meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt so im Nachhinein überlege, würde die Passive folgendermaßen aussehen, dass er Key plus 2 geben würde. Er hat 50% für jeden, wenn die HP 50% und drüber sind. Das wäre schon viel, das wäre schon viel, weil 50% für jeden und dann noch Key, das ist übertrieben viel, Freunde. Ja, da würde quasi Thales überrennen, weil Thales gibt ja Key plus 3 und 40% auf Angriff nur für jeden. Aber deswegen finde ich also an der Stelle balanciert, dass sie noch einen weiteren Boost bzw. das Kid Buu noch einen weiteren Boost gibt, falls die HP 79% und drunter sind. Ich bin auf jeden Fall mit der Passive zufrieden, was sie daraus gemacht haben. Ich finde es wirklich balanced. Man wird ihn auf jeden Fall gut und in vielen Teams nutzen, in denen er vertreten ist als Supporter. Was hattet ihr davon? Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Schauen wir uns aber mal an, was hat sich denn zum Strength Super Saiyan 3 Goku geändert? Und zwar folgendes, Freunde. Wie gesagt, wir werden die Medaillen brauchen, welche genau, gucken wir uns gleich an, vom AGL Extreme Z Battle. Folgendes ändert sich. Leaderskill, oh by the way, Leaderskill vom Kid Buu ist folgendermaßen. Leaderskill vom Kid Buu war, wenn ich das jetzt recht aus dem Kopf übersetzen kann, nämlich er gibt für jeden Key Plus 3 auf HP und der 50% und zusätzlich gibt er weiteren HP und Attack Boost, je nach HP, die das Team hat. Heißt, je höher die HP des Teams sind, desto höher wird quasi dieser zusätzliche Boost und das höchste ist da 80%. Genau. Dann, wie gesagt, gehen wir mal zum Strength Super Saiyan 3 Goku. Sein Leaderskill nach seinem Easy Way ist folgendermaßen, er gibt jedem Key Plus 3 und auf Attack und Death 50%, HP, Attack und Death 50%. Passive ist folgendermaßen, er hat immer 40% Verteidigung, seine eigene Verteidigung sind 40%. Wenn die HP 30% oder drüber sind, bekommt er 80% Angriff. Wenn die HP zusätzlich 50% oder drüber sind, bekommt er weitere 30% Angriff. Wenn die HP zusätzlich 80% und drüber sind, bekommt er weitere 30% Angriff. Im Endeffekt, wenn wir Full Life sind oder über 80% HP, hat er eine eigene, ähm, gibt er sich Death plus 40% auf die eigene Verteidigung plus 40% und auf den Angriff insgesamt bis zu 140%. Die Sache ist aber, durch die SA macht er immer noch Supreme Damage und tut greatly die Verteidigung des Gegners Stank kennen. Heißt, Freunde, falls ihr euch fragt, die Frage kam nämlich heute Morgen schon auf, ähm, wird der Stank besser als der Aguil? Nein, denn der Aguil hat höhere Sets und macht Immense Damage, dieser macht nur Supreme Damage. Ich finde es jedoch geil, dass man ihm ein EZA gegeben hat, durch die Medaillen eines, bevor, durch die Medaillen eines, ähm, aktuellen, beziehungsweise bestehenden Extremese Battles. Denn das gibt, ähm, Raum für weitere Extremese Awakens für andere Charaktere, zum Beispiel für den Physis Ultimate Gohan oder dem, ähm, Aguil Ultimate Gohan. Durch das Extremese Battle vom Int Ultimate Gohan nämlich, zum Beispiel für die Zukunft. Man braucht folgende Medaillen aus dem AGL EZA, Super Saiyan 3 Goku Event, wie gesagt, nämlich, ja, hochgezählt sind das, wie viel, zwei, vier, sechs, zwölf Bronzemedaillen, zwanzig Silbermedaillen, zwölf Goldmedaillen und zwölf Rainbowmedaillen. Wenn ich mich in der Früh nicht verzehrt habe, könnt ihr, wie gesagt, alles hier nachlesen, ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Woher bekommt man diese aber, oder wie soll das funktionieren? Denn wir wissen ja, wenn wir uns das Event, oder das Extremese Battle von Super Saiyan 3, Aguil Goku mal ansehen, dann wissen wir, wenn wir das Ganze einmalig geschafft haben, dann bekommen wir diese Anzahl an Medaillen, die hier dran stehen, um ihn vollends den Aguil Extremese zu awaken. Jetzt haben wir aber gesehen, für den, für den Strength brauchen wir eine andere Anzahl an Medaillen. Nun, das funktioniert folgendermaßen, Freunde, in Extremese Battles, wenn ihr das einmalig geschafft habt, dann könnt ihr quasi so Checkpoints wieder betätigen, denn ihr könnt die Level auswählen, gewisse Checkpoints wieder machen und aus diesen Checkpoints bekommt ihr dann wieder die Medaillen. Dafür müsst ihr aber quasi, wie ihr jetzt quasi hier gesehen habt, jetzt als Beispiel bei dem Full Power Freezer Extremese Battle, dafür muss man aber dann Stamina wieder verschwenden. Das kostet dann kein Stamina, man muss Stamina für die ganzen Checkpoints verschwenden. Aber wir brauchen dann im Endeffekt für den Strength nicht diese volle Anzahl, sondern wir haben gesehen, zum Beispiel von den Raybone brauchen wir nur zwölf. Und wenn wir mal gucken, wie viele Medaillen droppen denn vom Checkpoint Level 30, vom, ähm, ja, wenn wir den Checkpoint wieder machen und 25 Seminar verbrauchen, wie es hier dran steht, nämlich vier. Also wenn ihr das dann dreimal macht, habt ihr die ganzen zwölf Rainbow Medaillen zumindest. Und wir haben ja gesehen, wie viele wir genau brauchen. Also den Strength Extremese zu halten, brauchen wir auf jeden Fall weniger Medaillen. Man muss quasi dieses Checkpoints wieder machen. Und man muss natürlich das ganze Extremese Battle mal komplett geschafft haben auf Level 30. Weil wenn ihr Level 30 nicht geschafft habt, dann könnt ihr Level 30 nicht wieder machen. Ihr müsst das einmalig geschafft haben. Gilt auch für die anderen Stages, damit ihr das Ganze wieder machen könnt. Außer davon eben, wie gesagt, den zu Extremese Awakening ist in Anführungsstrichen leichter, weil ihr bei denen hier vor allem die leichteren Events macht. Und da droppen immer gute Anzahlen an Medaillen. Also man bekommt schneller die Medaillen. Man muss ja doch Stamina ausgeben, aber das hat ja, das hat ja keine Eile. Und ja, Stones und so bekommt man nicht wieder, weil man das schon mal geschafft hat. Man kann quasi nur die Medaillen farmen. Anyway Freunde, soviel zu dem Extremese Battle, Extremese Awakening, zu allen Infos in der Zeit und Details zu unserem Boy Physisch Kid Buu und erstaunlicherweise, überraschenderweise, Strength Super Saiyan 3 Goku. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Ich finde das wirklich sehr cool, weil ich finde, das gibt wie gesagt Raum für weitere Extremese Awakens von anderen Charakterien, die denselben Namen haben, wie beispielsweise Filme spontanerweise ein. Ja, Physisch Ultimate Gohan, Aguil Ultimate Gohan oder je nachdem auch Incel etc. etc. Lasst mich wie gesagt wissen, was ihr zu dem Ganzen haltet. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch ein Like da und danke fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. Bis zum nächsten Mal.